Hey ihr Freunde und Freundeline, jaa! Oh Mann, oh Mann, heute war es also nicht gerade so heiß gewesen. Ne, heute war es angenehmes gewesen. Meine Frau Linke hat gesagt, kriegt man besser Luft. Man kriegt doch immer Luft, wenn man keine Luft kriegt. Oh Gott, das wäre ja ganz schlimm. Ja, also ich kriegt immer Luft. Ja, also wie gesagt, meine Frau Linke hat gesagt, man kriegt besser Luft. Okay, wenn sie das sagt, dann kriege ich halt eben bessere Luft. Ja, und im Moment macht es dort draußen viel Licht. Also das sind so komische Blitzes. Und ab und zu krummelt es dann so. Ja, ich glaube, das nennt man Kavitter. Ja, und wenn es so kavittert, das ist also komisch. Ja, meine Frau Linke guckt doch eher zu, wenn es kavittert. Also ich finde das nicht so witzelig. Naja gut, okay, wer es halt eben mag. Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und wenn das gleich anfängt, ein bisschen zu regnen bei dem Kavitter. Und dann grüßt es noch weiter ab. Und dann gibt es eine angenehme Nacht. Die wünsche ich euch jetzt. Tschüss, euer Merlin.